Zuerst aber machte sie sich auf den Weg nach Warnheim zu den unbekannten Göttern, die dort lebten. Mit herzbewegenden Worten schilderte sie den Warnen, welche Grausamkeiten sie in Asgard zu erdulden hatte. Die Warnen waren empört. Vielleicht war ihnen die Hexe auch sympathisch, weil sie, wie es heißt, selber reichlich viel Gefallen an der Zauberkunst fanden. Jedenfalls wusste Gulweig, wie sie es anstellen musste, sie gegen die Asen aufzuhetzen. »Mag schon sein,« sagte sie, »dass die Asen die Welt erschaffen haben, aber das heißt noch lange nicht, dass sie über alle anderen herrschen sollen. Immer führen sie das große Wort, so als hätte unser einer nichts zu sagen.« Diese Reden gefielen den Warnen, die sich schon lange darüber geärgert hatten, dass sich niemand um sie kümmerte. »Recht hast du,« riefen sie, »wir haben es satt, die zweite Geige zu spielen. So kann man mit uns Warnen nicht umspringen. Lasst uns ein Heer rüsten und denen auf Asgard zeigen, wer auf dieser Welt die Stärkeren sind.« Und das ließen sich die Warnen nicht zweimal sagen. Aber Odin entgeht so leicht nichts, was auf der Welt vorgeht. Er bemerkte von seinem Hochsitz aus, wie sich die Warnen zum Kampf rüsteten. Schon von Weitem sah er sie mit ihren Reitern anrücken, und er befahl den Seinen, sich zu rüsten. Vor den Mauern von Asgard trafen die beiden Heere aufeinander. Einen Augenblick lang standen sie Auge in Auge. Dann zögerte Odin nicht länger und warf seinen Speer in die Schar der Feinde. Der erste Krieg der Welt hatte begonnen. Anfangs sah es ganz so aus, als behielten die Warnen die Oberhand. Sie hatten die stärkeren Flüche, die sie den Asen an den Kopf warfen, aber das war nur ein Teil ihrer Zaubertricks. Manche benützten Tarnkappen, andere täuschten Angreifer vor, die gar nicht da waren. Wenn die Asen auf sie losgingen, fanden sie nur tote Baumstümpfe, auf die sie einschlugen. Sogar die Mauern der Götterburg erzitterten unter den Zaubersprüchen, und hier und da gelang es den Warnen, Breschen in die Festung zu schlagen und auf die große Wiese vorzudringen. Aber auf die Dauer waren die Machenschaften der Warnen der Kraft der Asen nicht gewachsen, und die Angreifer wurden in die Flucht geschlagen. Das Heer der Götter trieb sie vor sich her bis in ihr eigenes Gebiet und nun begann ein Plündern und Brandschatzen in Warnheim, das den Besiegten die Tränen in die Augen trieb. Der Kampf kostete auf beiden Seiten vielen das Leben, Odins Brüder fielen, aber auch die alte Hexe Gullveig überlebte nicht. Doch die Warnen wehrten sich erbittert, und je länger der Krieg dauerte, desto mehr mussten die Kämpfer einsehen, dass keine der beiden Seiten gewinnen würde. Wenn keiner diesem Wahnsinn ein Ende machte, stünde bald die ganze Welt in Flammen. Deshalb beschlossen die Anführer zu verhandeln. Ein Treffen der Gesandten wurde vereinbart, und nach langem Hin und Her riefen sie einen Waffenstillstand aus. Als Unterpfand des Friedens tauschten sie Geiseln aus. Die Warnen sandten einen ihrer besten Männer nach Asgard, er hieß Njord, und er brachte einen Sohn und eine Tochter mit, frei und freier. Dafür mussten die Asen Hune, einen der ihren, nach Warnheim schicken, und Mime, der klügste aller Trolle, Odins Freund, musste ihn begleiten. Odin wollte den Streit ein für allemal zu Ende bringen. Deshalb befahl er, dass die drei Geiseln aus Warnheim wie Gäste behandelt werden sollten. Er räumte ihnen sogar einen Platz im Rat der Götter ein. Von nun an, sagte er, sollen sie gleiche Rechte und Pflichten, wie wir alle haben und zu uns gehören. Im Gegenzug wählten die Warnen Hune zu ihrem Häuptling. Odins Entscheidung war klug. Denn auf diese Weise erfuhren die Asen vieles, was sie von ihren Gegnern nicht gewusst hatten, wie es in Warnheim zuging und was für seltsame Sitten dort herrschten. Zum Beispiel war es bei den Warnen immer noch der Brauch, dass Geschwister einander heirateten. Njord war einer von denen, die ihre eigene Schwester geschwängert hatten. Und so waren frei und freier enger miteinander verwandt als andere Leute. Noch viel spannender war das, was die Asen über die magischen Künste der Warnen zu hören bekamen. Dass Njord sich darauf verstand, den Wind, die See und das Feuer zu beherrschen. Wenn er will, kann er Glück beim Fischen und Heil bei der Jagd herbeizaubern. Und frei ist noch mächtiger als sein Vater, denn er kann Gutes und Schlechtes Wetter machen und ist Herr über alles, was wächst. Auf diese Weise bringt er denen, die er schätzt, Wohlstand und Frieden. Aber die reizendste und gefährlichste unter den Warnen ist doch seine Schwester Freier. Keine auf der Welt ist schöner als sie. Sie fährt einen Wagen, der von zwei Katzen gezogen wird, und wenn sie fliegen will, verwandelt sie sich in einen Falken. Wenn sie weint, vergießt sie Tränen aus schierem Gold. Vor allem aber ist sie die Göttin der Liebe, und von allen Mächten, die das Leben der Götter und der Menschen beherrschen, ist die Liebe die stärkste. Das alles vernahmen die Asen, und sie konnten von diesen neuen Wundern nicht genug kriegen. Odin merkte sich alles, was er zu hören bekam, aber auch Loki, der Riesensohn, der mit ihm Blutsbrüderschaft geschlossen hatte, spitzte die Ohren. Loki ist ein ausgesprochen hübscher Troll, aber man kann ihm nie ganz über den Weg trauen, denn er ist listig und gemein. Insgeheim hält er es immer noch mit dem Clan der Riesen. Doch Odin hat von Anfang an einen Narren an ihm gefressen und vertraut seiner glatten Zunge. Loki versteht sich auf die Kunst, Worte zu verdrehen und alles zu seinem Vorteil zu wenden. Schon vorher war ihm die Zauberkunst nicht fremd, aber was er nun von den Wahlen gelernt hat, macht ihn noch viel gefährlicher. Der Erste, den er in seiner Bosheit aufs Korn nahm, war Thor, Odins erstgeborener Sohn. Der hatte von der Klugheit seines Vaters kaum etwas geerbt. So simpel, wie er war, bot er sich Loki als leichtes Opfer an. Außerdem ist er hitzig und kann sich nur schwer beherrschen. Andererseits fehlt es ihm nicht an Gerechtigkeitssinn. Gern beschützt er die Schwachen, wenn ihnen jemand Unrecht tut. Jedes Mal, wenn die Riesen in Midgard einfallen, um die Menschen zu plagen, ist Thor zur Stelle, um ihnen zu helfen. Da sind die Trolle gut beraten, wenn sie von ihren Opfern ablassen und fliehen, denn Thor ist groß und stark, und wenn er seinen Gürtel anlegt, verdoppeln sich seine Kräfte. Er hasst Verrat und Ränkespiele. Wahrscheinlich war das der Grund dafür, dass Loki sich gerade ihn ausgesucht hat, um eine Probe seiner Tücke zu liefern. In der Nacht können sich die Asen sicher fühlen. Sie schlafen ruhig, denn sie wissen, dass Heimdal, der Gott, der am Fuß der Regenbogenbrücke wohnt, Wache hält. Der braucht weniger Schlaf als ein Vogel und er kann, ob es Tag oder Nacht ist, hundert Meilen weit sehen. So gute Ohren hat er, dass er nicht nur das Gras, sondern auch die Wolle an den Schafen wachsen hört. Kein Feind kann sich den Mauern von Asgard nähern, ohne dass Heimdal es merkt. Aber diesmal kommt der Feind nicht von draußen. Der Schwarzgewandete, der sich da von Haus zu Haus schleicht, ist einer von den eigenen Leuten. Jetzt nähert er sich einem riesigen Gebäude, das 450 Zimmer hat. Thor hat sich in seinem Übermut dieses Haus gebaut, aber heute schläft er nicht in seinem Bett, er ist hinausgeritten, um gegen die Riesen zu kämpfen. Alle Lichter sind gelöscht und es ist still im ganzen Haus. Der Eindringling geht auf Zehenspitzen durch die Flure und blickt durchs Schlüsselloch in jedes Zimmer. Endlich findet er, was er gesucht hat. Der Mond scheint durchs Fenster und in seinem schwachen Schein sieht er Thors Frau daliegen. Die heißt Sif. Ihr langes, weiches Haar fällt über die Bettkante. Der Schwarzgekleidete lächelt. Dann macht er sich so klein, dass er durchs Schlüsselloch in Sifs Schlafzimmer kommt. Am anderen Morgen kommt Thor nach Hause. Wieder einmal hat er die Riesen besiegt. Jetzt ist er müde und möchte sich ausschlafen. Er ruft, Liebe Sif, lass mich herein. Aber Sif antwortet ihm nicht. Er hört, wie sie weint und hitzig, wie er ist, sprengt er sogleich die Türe auf. Schau mich nicht an, bittet ihn seine Frau. Bitte schau mich nicht an. Und sie versteckt sich unter der Bettdecke. Ungeduldig reißt Thor die Decke in die Höhe und was er da zu sehen bekommt, erfüllt ihn mit rasender Wut. Denn Sif, die so wunderbares Haar hatte, dass sogar Freier die Liebesgöttin neidisch wurde, ist am ganzen Kopf kahl wie eine Puppe. Wer hat das getan? brüllt Thor. Ich weiß es nicht, sagt Sif. Ich bin eingeschlafen und als ich aufwachte... Sie bricht in Tränen aus. Thor glaubt ihr. Ja, er ahnt sogar, wer das gewesen sein könnte. Und er hat richtig geraten.